Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. So, heute als allererstes mal ein extrem wichtiges Forum oder, naja, nicht Forum, sondern eigentlich eher eine Webseite. Und zwar, ihr braucht natürlich Übung, ja, ist ganz klar und die findet ihr bei crackmes.one. Ich habe keinerlei Bezug zu dieser Domain, außer dass ich selbst dort ganz gerne mal was mache. Und ja, also tatsächlich kann ich euch nur empfehlen, euch dort die Übung runterzuladen. Ihr müsst euch nicht mal registrieren. Ihr könnt einfach hier drauf gehen quasi und dann hier mal Latest Crackmes einfach durchsuchen. Hier seht ihr immer einen Schwierigkeitsgrad. Je höher, desto schwieriger ist der Grad. Also, das heißt, die da ist ziemlich hart wahrscheinlich, während die hier wahrscheinlich eher einfacher ist, weil das hier eine 1 ist, ja. Und ja, ihr seht, da sind schon relativ viele Dateien zur Verfügung. Ihr könnt da einfach mal durchgehen, zum Beispiel einfach mal Windows machen, mal Linux oder Unix machen. Es gibt sogar einige Mac-Varianten, habe ich zumindest vorhin wieder eine gefunden. Wo sind die? Da ist Mac, ja. Also, ihr könnt euch quasi da reinüben, was ihr da macht. Fangt mit den einfachen an und, naja, macht die dann immer schwerer von mir aus. Aber was wir jetzt als erstes machen, ist, wir haben jetzt hier eine Datei, die nennt sich, jetzt muss ich kurz zurückgehen, hier White Crow's Easy Peasy, ja. Und dieses Easy Peasy ist eine Windows-Executable-File. Das heißt, wir, naja, wir können sie trotzdem auf Linux ausführen. Ihr braucht dazu Wine, unter Windows braucht ihr natürlich keinerlei Software dafür. Und wir wollen jetzt mal ganz kurz gucken, wie das Ding aussieht. Dazu gehen wir mal hier in unseren Ordner und wir machen hier mal einen Rechtsklick. Unter Linux, unter Windows müsst ihr Shift-Rechstklick machen und dann brauchen wir natürlich hier Punkt slash Easy Peasy, beziehungsweise groß geschrieben, Easy Peasy. So, und jetzt startet im Hintergrund natürlich Wine und macht irgendwas für uns. Und wir müssen uns jetzt hier mit unseren Credentials einloggen. Ich probiere jetzt einfach mal Morpheus und dann steht hier plötzlich, Get the fuck out, you lame-ass Hacker. Das ist natürlich doof. Wir wissen also das Passwort nicht und deswegen müssen wir jetzt natürlich diese Exe-Datei reverse-engineeren. Wie gesagt, das hier ist jetzt tatsächlich eine Windows-Executable. Das heißt, das ist eigentlich nicht für Linux gedacht, funktioniert aber natürlich trotzdem, mit Wine, weil die jetzt nicht so viele Libraries benutzt, als dass es jetzt irgendwie unmöglich ist. So, das heißt, was wir machen, ist natürlich dieses Ding wieder per Drag-and-Drop hier in Gitra reinziehen und dann finden wir dieses Ding hier, Easy Peasy.exe. Logisch, oder? So, ihr findet hier drüben natürlich unter dem Symbol-Tree auch wieder Main als Function, nachdem ihr die ganze Analyse und so weiter gemacht habt. Die solltet ihr immer machen, ja. Und geht dann mal bitte einfach auf die Main, das ist genau das, was wir letztes Mal gemacht haben und dann öffnet euren Decompiler. So, und dieses Mal sieht es schon nicht mehr so angenehm aus, wie es mal war. Und ja, jetzt brauchen wir natürlich erstmal ein bisschen Struktur. Und genau das ist das größte Problem beim Reverse-Engineering oder eigentlich die größte Aufgabe. Ihr müsst Struktur und Ordnung in diesen kompletten Kauderwelsch hier reinbringen, okay. Das heißt, ihr müsst rausfinden, was ist was eigentlich, ja. Ihr müsst herausfinden, was tut diese Funktion, was tut diese Funktion, was tun diese ganzen Funktionen. Und dementsprechend müsst ihr dann irgendetwas damit tun. So, zunächst einmal möchte ich euch einige große Hilfen zeigen. Und zwar, wenn ihr unter Window geht, dann findet ihr hier die Find Strings. Die Find Strings ist relativ interessant, weil ihr dort dann tatsächlich auch rausfinden könnt, was in diesen Strings drinsteht. Interessant sind vor allem diese hier natürlich. I wonder how it feels to be a time traveler. How my space board is broken. Hey, my my space board, bla bla bla, is broken, bla bla bla. Und dann, please log in with your credentials. Das ist einer, der ausgegeben wird, der interessiert uns nicht. Username interessiert uns nicht. Now, please insert the password. Interessiert uns eigentlich auch nicht. Password interessiert uns auch nicht. Das ist eine Ausgabe. Und dieses, you have successfully logged into, bla bla bla. Das ist auch natürlich nicht so interessant für uns, weil das ist einfach die Erfolgsnachricht. Das heißt, diese beiden hier sind natürlich ziemlich wichtig für uns. Ihr könnt ja unten zwischen den Fenstern hin und her gehen. Und by the way, lasst uns doch ganz kurz hier ein bisschen was umstellen. Und zwar, ach wobei, eigentlich passt das so. Okay, das heißt, wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen was aus. Ja, wir öffnen jetzt diese Datei nochmal und sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach mal diesen ersten String hier. I wonder how it feels to be a time traveler. So, now please insert the password. Okay, das heißt, es war schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben schon mal den Benutzernamen rausgefunden. Jetzt müssen wir nur noch das Passwort rausfinden. Und jetzt probieren wir doch einfach mal. Web, 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 alles im Weg. Entschuldigung. So. Okay. Hey, my MySpace. Hey. Ähm. My. Space. Board. Is. Bro. Can. Can. You. Help. Me. Find. It. Fragezeichen. Die Chance, dass ich mich gerade vertippt habe, ist verdammt hoch. Deswegen gehe ich jetzt nochmal ganz kurz hier durch. Okay, ich glaube es passt. Und ja, wir sehen, wir haben uns offensichtlich schon eingeloggt. Also es war wirklich so einfach tatsächlich hier was zu finden. Das ist jetzt natürlich in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Also wir haben es jetzt hier tatsächlich schon geknackt. Das heißt, ihr habt jetzt schon die Lösung. Ich möchte euch jetzt allerdings mitgeben, was ihr hier tatsächlich theoretisch machen müsst. Und zwar, wir sehen hier unten, es ist wirklich sehr, sehr komplex das Ganze. Also unter Windows werden die Executables schon deutlich länger. Weil Windows einfach noch einen Haufen anderer Libraries braucht, damit das irgendwie was tut. Und dazu klicken wir jetzt hier einfach mal die einzelnen Funktionen an. Wir gucken mal, was macht die da hier. So, die da, naja, die macht erstmal irgendwelchen Hintergrundmagischen Hokuspokus quasi. Ja, okay, also das brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Aber wir müssten jetzt theoretisch wirklich durch die ganzen Funktionen durchgehen und überprüfen, was die eigentlich tun. Das heißt, wir müssen jetzt hier drauf gehen, gucken, aha, okay, wie funktioniert das. Und dann tatsächlich hergehen und sagen, hey, ich möchte ganz gerne zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder zurück in die Main gehen, diese Funktion hier umbenennen in irgendwas, was ich verstehen kann. Kann ich verstehen. Ja, und dann wird die hier einfach umbenannt. Und dann wird die hier für uns richtig angezeigt. Und das wird einfach in dem ganzen Tool übernommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier sehen, please log in with your credentials, dann ist das höchstwahrscheinlich die Scan-Funktion sozusagen. Das heißt, wir nennen die um in read from command line. So, und damit haben wir schon mal eine Funktion benannt und können ungefähr sagen, was jetzt eigentlich hier gerade passiert. Und jetzt gehen wir mal nach unten. Und jetzt wird es nämlich interessant. Hier steht nämlich read from command line auch. Und dann steht hier get the fuck out, you lame ass hacker. Und hier steht auch read from command line, bla bla bla. So, ich glaube, das war tatsächlich nicht read from command line, sondern einfach nur die Print-Funktion, muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt einfach nur so quasi eine erste Vermutung, was das tut. Dann sehen wir hier, okay, das ist höchstwahrscheinlich Print. Das kann auch sich ändern hier einfach. Dann sehen wir hier, okay, das Ding printet uns das einfach. Völlig egal, wie das Ding hier heißt, ja, das ist quasi eure Variante. Ihr könnt natürlich sogar euch diese Funktion angucken. Die bringt euch aber in dem Fall relativ herzlich wenig, weil die einfach systemintern ist. Also, ihr könnt sie euch natürlich angucken. Aber es ist nicht so angenehm, sich solche systeminternen Funktionen anzugucken. Und dann haben wir hier zum Beispiel, hier wird ausgegeben Print und dann kommt das Passwort-Doppelpunkt. Und das sieht mir jetzt nach der Read-Funktion aus. Das heißt, wir sagen hier, das da ist Read. Und dann lesen wir das hier ein. Das heißt, local58 ist dann unser Passwort. Das heißt, wir sagen, äh, nicht die Function Signature. Wir wollen die Variable eigentlich ändern. Rename Variable. Das ist das Passwort. So, und jetzt wird das überall geändert. Und wir wissen jetzt hier, okay, da wird irgendwas mit dem Passwort verglichen, ja. Und so müsstet ihr jetzt hier theoretisch durchgehen und wirklich alles von Hand quasi editieren. Was genau tut was? Und dann rausfinden, okay, was passiert da eigentlich gerade? Ja, ist ein Haufen Arbeit. Aber den, naja, den Teil möchte ich euch natürlich jetzt nicht hier vorkauen. Sondern ich will euch eigentlich zeigen, wie man es macht. Die Übung bleibt dann natürlich bei euch hängen. Das ist so ein, naja, ist halt einfach, es ist, es hört sich fancy an. Aber es ist meistens, also das meiste ist tatsächlich einfach nur Ordnung reinbringen in den Code, den ihr hier generiert habt. Also in das Dekombilat hier. Ähm, ja, ist, ist leider so. Ich kann da auch nichts dran ändern. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Versucht vielleicht mal eine, die nicht auf Level 1 ist, sondern geht einfach mal an die Level 2 dran. Die sind vielleicht noch ein bisschen einfacher. Da steht nicht direkt das Passwort in eurem Source-Code drin. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank.